Kommt Montana Black zwei Jahre ins Gefängnis? Ernsthaft? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und diese Frage, die ich gerade aufgeworfen habe, kann ich direkt zu Beginn dieses neuen Videos mit Nein beantworten? Natürlich nicht, aber was ist passiert? Was kursiert da gerade in den Zeitungen und in den Medien? Und vor allen Dingen, wie ist das eigentlich juristisch zu bewerten, was da rund um Montana Black und Bahn und das Fahrrad passiert ist? Ganz kurz vielleicht einmal zur Einleitung. Montana Black war mit einem Fahrrad unterwegs durch seine Heimatstadt Buxtehude in Niedersachsen und hat einen Teil dieses Weges zurückgelegt mit der S-Bahn. Und in dieser S-Bahn war dann logischerweise auch sein Fahrrad. Aber Vorsicht, in bestimmten S-Bahnen, das heißt verkehrsverbunden, existiert wohl eine Zeit, in der man ein Fahrrad nicht mitnehmen darf. Und so auch da in Buxtehude Niedersachsen, denn dort gilt wohl eine Verbotszeit für Fahrräder von 16 bis 18 Uhr. Kurze Frage, wer von euch wusste das? Da könnte man jetzt theoretisch auch sagen, ja, du hättest ja auch die allgemeinen Beförderungsbedingungen vorher lesen sollen. Da steht es drin, Junge, bei Absatz 17, 2. Macht natürlich keiner, ehrlicherweise. Ich wusste es nicht. Ich denke mal, die meisten von euch auch nicht. Aber dennoch, er hat es gemacht. Er war unterwegs mit einer Kamera. Ja, also er hat das Ganze, seine Community im Livestream mitgenommen. Es war eine mega coole Aktion. Und auf jeden Fall sagen dann die Mitarbeiter von der Bahnsicherheit dann, ja, der muss rausgehen halt. Hat er auch gemacht. Dann gab es einige Diskussionen. Darum jetzt nicht allzu wild. Ja, er hat ja recht. Also, wenn man sich das Ding mal anguckt, die Bahn war leer. Ja, und diese Fahrradsverbotszeiten, ja, die bestehen, damit die Bahn nicht überfüllt ist. Also, das Verbot besteht, aber es war der eigentliche Zweck, konnte eh nicht erreicht werden, weil es war leer. Dabei lief aber die Kamera. Das heißt, die Community konnte das live beobachten. Und das führte dazu, dass die Mitarbeiter von der Bahnsicherheit sich einen Anwalt genommen haben. So ergibt sich das aus Bildartikel zum Beispiel. Und dann Montana Black angeschrieben haben. Und natürlich ist die Frage, wie ist das strafrechtlich zu bewerten? Und weil wir diese Vorschrift ja tatsächlich nicht so oft haben, gucken wir uns mal kurz Paragraf 201a StGB gemeinsam an und gehen das einmal schön schematisch durch, wie man das halt so macht in der juristischen Prüfung. Also, Paragraf 201a StGB regelt Folgendes. Und zwar, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, daher kommt das auch in den Medien, oder mit Geldstrafe wird bestraft wer? Jetzt aufpassen. 1. Von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet, unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt oder dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt. Hat er nicht, es liegt keine Wohnung und kein gegen Einblick besonders geschützten Raum vor. Also, klares Minus. Gucken wir uns Nummero 2 an. Ja, aufpassen. Eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, herstellt, überträgt und so weiter. Klares Minus. Es war keine hilflose Situation, keine hilflose Person zu erkennen. Nummer 3. Eine Bildaufnahme, die in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau stellt. Auch da ganz klares. Denn es war keine verstorbene Person zu sehen. Und dann gibt es Nummer 4. Nummer 4 redet von, also Nummer 1 bis 3 redet vom Herstellen. Nummer 4 redet dann vom Gebrauchen und Zugänglichmachen. Und Nummer 5 geht ebenso in die Richtung. Aber wichtig in dem Zusammenhang ist Absatz 2. Alle Juristen wissen, naja, eine Norm immer von oben bis ganz nach unten lesen. Ganz wichtig. Und immer die Norm davor und die Norm danach lesen. Ich glaube, das ist Spiegelverkehrt. Eigentlich davor und danach lesen. Auf jeden Fall Absatz 2. Ebenso wird bestraft, wer unbefugt von einer anderen Person eine Bildaufnahme, auch Video natürlich, die geeignet ist, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu Schaden einer dritten Person zugänglich macht. Ja, also zugänglich machen dritten Personen der Öffentlichkeit, gar keine Frage. Die haben es gesehen. Die Frage ist aber, ob wir ja das Tatbestandsmerkmal erfüllt haben, ob das Ansehen der Person erheblich geschadet wird. Ja, ähm, ehrlicherweise natürlich nein. Also die haben ja auch nur ihren Job gemacht. Ja, also das war jetzt nichts Peinliches, das war jetzt nichts Verwerfliches, sondern die haben ja überhaupt nicht so eine Aussage, ihre tägliche Arbeit. Und die Arbeit ist richtig, die Arbeit ist wichtig und die ist alles andere als, ähm, oder alles andere als rufschädigend oder setzt das Ansehen herab oder ähnliches. Gar keine Frage. Aber wenn überhaupt, könnte man darüber nachdenken. Das kann man vielleicht sagen, ja gut, ich meine, das war jetzt keine besonders coole Situation. Man kann sich darüber lustig machen. Bahn war leer, trotzdem wurde der rausgeschmissen, mehr oder weniger. Ähm, aber auch da, da kommen wir auch nicht hin, juristisch gesehen. Also Paragraf 201a StGB, zack, zack, ganz klares Nein. Nachdenken könnte man aber noch am Paragraf 201 ohne das A StGB. Ja, nämlich Paragraf 201 regelt die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Man hat ja auch was gehört. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren sogar, oder mit Geldstrafe wird bestraft wer unbefugt, das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einem Tonträger aufnimmt oder eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. Auch da muss man sagen, das sieht man ja auch relativ häufig bei diesen Fällen von Polizeidemonstrationen. Ja, so Demos, wo die Polizei gefilmt, Polizeidemonstrationen, was ein Bullshit. Entschuldigung. Das sieht man ja auch relativ häufig auf Demonstrationen, wo die Polizisten gefilmt werden. Und Beamte dürfen übrigens nicht streiken, fällt mir da gerade mal kurz ein. Aber egal. Da sieht man ja häufig, dass Polizisten gefilmt werden. Und da hat man das auch so ein bisschen immer geprüft, ja. Aber da hat man dann letzten Endes gesagt, wenn die Strafanzeigen gemacht worden sind, gegen die Filmer, das war ein öffentlich gesprochenes Wort. Und das nicht öffentlich gesprochene Wort ist zum Beispiel, wenn ihr ruft jetzt euren Kollegen an, ja, und erzählt dem Kollegen irgendwas über einen anderen Kollegen und der nimmt das auf und sagt es dann einem anderen Kollegen, was man auch nicht macht. Aber das wäre so, ja, gerade so diese Telefonate, wo man sagt, okay, das ist nur in dem, jetzt gerade in dieser Beziehung, wo man miteinander redet, gemeint. Ich kann euch da aber auch sagen, dass sowas im Strafprozess zulässig ist. Dazu gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber auch hier haben wir, also öffentlicher geht es ja kaum, ja, als wenn Leute den aus der Bahn rausbegleiten und sagen, du darfst mit dem Fahrrad nicht in die Bahn. Natürlich ist das kein nicht öffentlich gesprochenes Wort und deswegen auch keine Strafbarkeit nach § 201. Also auch hier ein ganz klares Minus. Kommen wir mal zu der Thematik, wie ist das eigentlich, wenn man denn sowas mal filmt, heimlich. Das ist als Beweis im Strafverfahren verwerbbar. Ich hatte das schon mal in einem Video gesagt. Ich hatte noch kein Verfahren, ich versuche es mal sauber auszudrücken, wo eine heimlich angefertigte Tonaufnahme nicht als Beweis gegen meinen Mandanten, so ist es richtig, gebraucht wurde. Das war bisher immer der Fall. Und im Zivilprozess ist das ein bisschen anders, aber als Beweismittel in einem Strafverfahren, da muss man ein bisschen abwägen zwischen Straftat und Eingriff in möglicherweise das Persönlichkeitsrecht, wenn man jemanden heimlich aufnimmt. Aber da überwiegt eigentlich immer der Beweiskarakter. Ist ehrlicherweise auch richtig, aber manche Sachen kann man häufig nicht anders aufklären. Montana Black, da haben wir gesagt, kommt nicht ins Gefängnis. Strafbar, da sehe ich jetzt nach meiner Würdigung auch nicht gemacht. Könnte man noch ein bisschen über Datenschutz sprechen, aber denke ich auch eher weniger. Deswegen Free Montana Black, der natürlich keine Straftat hier bringt. Achso, der Unterlassungsanspruch, zivilrechtlich könnte man darüber nachdenken. Mal kurz durchprüfen, habe ich bevor gar keine Gedanken darüber gemacht, aber ein Unterlassungsanspruch auf Unterlassung, die zu filmen, besteht eigentlich auch nicht, weil das, ja die Rechtsprechung sagt zwar, Wiederholungsgefahr wird indiziert durch die einmalige Begehung, aber ach, ich sehe keinen Unterlassungsanspruch, ehrlicherweise, wo soll denn herkommen? Also das Ganze ist halt einfach blöd gelaufen, aber war jetzt auch nicht allzu schlimm. Also eine Straftat auf keinen Fall. Zivilrechtlich, wenn euch das brennt interessiert, schreibt in die Kommentare, prüfe ich das für euch nochmal durch. Aber würde ich auch sagen, besteht gerade kein Unterlassungsanspruch eigentlich. Möglicherweise fehlt es schon im subjektiven Bereich. Ja, also subjektiv, er hat sich gar nicht, oder vielleicht war ihm gar nicht bewusst, dass er die gerade filmt. Wer weiß. Freunde, das war es zu MontanaBlack, also Entwarnung, Deutschlands bester YouTuber, finde ich persönlich ehrlicherweise auch. Bleibt uns erhalten, der Kind natürlich nicht ins Gefängnis. Ach so, Strafrahmen, komm, wir haben jetzt zwar 10 Minuten erreicht, aber dazu sagen wir nochmal was. Das Gesetz sagt, zwei Jahre sind möglich Strafrahmen, ja, und alle sagen immer, die Gesetze in Deutschland sind viel zu lasch, wir brauchen härtere Gesetze. Leute, wir brauchen überhaupt keine härteren Gesetze. Guckt euch mal die Strafrahmen an, also wenn du jemanden filmst, wie jetzt in dem Fall, kannst du zwei Jahre in den Knast gehen, wenn du jemanden heimlich aufnimmst, drei Jahre im Knast, ja. Wenn du einen besonders schweren Raub begehst, das heißt, ich halte jemandem ein Messer vor und nehme dir das Handy weg, ja, oder eine Waffe und nehme dir das Handy weg, kriege ich mindestens fünf Jahre, höchstens 15 Jahre. Wenn ich ein Kilo Gras verkaufe, jetzt wo es noch komplett illegal ist, kann ich auch 15 Jahre in den Knast gehen. Also die Strafrahmen in Deutschland sind schon ziemlich, ziemlich krass. Auch richtig, krass ist gar nicht negativ gemeint in dem Kontext, ja. Aber die werden logischerweise nicht ausgeschöpft. Also damit du in so einem Fall zwei Jahre reingehst, musst du wahrscheinlich 97 Vorstrafen haben, davon 90 einschlägig und die anderen sieben waren wegen einer anderen schlimmen Straftat und du saßt schon zwölf Jahre im Knast, dann kriegst du vielleicht irgendwann mal zwei Jahre bei sowas. Aber das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Aber das war mir nochmal wichtig zu sagen, die Strafrahmen sind völlig gut, wie sie sind, durch den Gesetzgeber ins Gesetz aufgenommen worden. Aber jetzt war es das wirklich. Vielen, vielen Dank bei allen fürs Zuschauen. Gebt mir natürlich Feedbacks. Wie findet ihr das, das Strafverfahren? Und bei Promis ist ja sowieso immer, ja, jetzt fange ich doch wieder an, sorry. Bei Promis ist ja sowieso immer, da wird ja gesagt, oh, bis zu so und so viel Jahren, bis zu so und so viel Jahren, bis zu so und so viel Jahren. Also da kann ich euch meistens entwarnen und geben. Ein schneller Blick ins Gesetz zeigt das. Und der Strafrahmen, nur weil der so groß ist, wird auch nicht immer ausgeschöpft. Auch wenn man gerade bei Promis immer sagt, der geht jetzt so und so lange ins Gefängnis. Das war es wirklich. Vielen, vielen Dank bei allen fürs Zuschauen. Und allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video.